Guten Morgen, ich bin Michelle Schwenny bei Finger & Fuchs und heute nehmt euch mal mit durch meinen Tag. Ich bin immer gern ein bisschen früher da, dann ist es mal schon ein bisschen ruhiger. Guten Morgen! Ja, guten Tag, wir haben nämlich eine sehr spannende Studie gemacht. Ja, ich schicke Ihnen das Ganze zu. Yes, der erste Erfolg für heute. Hi, Michelle, kommst du gleich mit in die Kurse? Ja, ich muss noch kurz was mit den Spezialteams klären, danke. Hallo Vanessa, wir haben Feedback zum Text für die Studie bekommen. Ich habe gleich noch Redaktionscall, aber danach schon melde ich mich einfach bei dir. Wunderbar. Hallo, die Lara. Hi. Wir haben ja schon über die Landingpage für die Studie gesprochen. Ich habe dir da schon ein Setup zu erstellen. Wunderbar, perfekt. Wie sieht es denn aus mit Pause? Habt ihr auch Lust? Ich brauche mich. So, wir haben jetzt noch eine Schulung hier im Playroom. Wollen wir anfangen? Ja. Gut, willkommen heute zur Session Beraterpersönlichkeit, ausnahmsweise mal live auf dem Finger & Fuchs Studio. Michelle, ich bin schon da. Können wir gleich noch mal wegen der Infografik sprechen bitte? Ja, sehr gerne. So, bald ist Feierabend, jetzt muss ich noch eine Mail abschicken und dann geht's wieder nach Hause. Ja, das war mein Tag heute als Trainee bei Freg & Fuchs und wenn dich das auch interessiert und du es spannend findest, dann bewirb dich doch gerne und ich freue mich, dich hier bald als Kollege oder Kollegin grüßen zu dürfen.